Die Aufgabe der Gesamtergebnisrechnung ist es, den Lesern des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln. Dabei unterscheidet sich die Gesamtergebnisrechnung von der Gewinn- und Verlustrechnung, wie wir sie aus dem HGB kennen. Und zwar beinhaltet das Gesamtergebnis neben dem Gewinn oder Verlust eines Unternehmens auch die nicht in der G&V berücksichtigten Einkommensbestandteile aus der entsprechenden Periode, dem sogenannten sonstigen Ergebnis. Der Gewinn oder Verlust beinhaltet alle in der G&V abgebildeten Ertrags- und Aufwandsposten einer Periode, beispielsweise Umsatzerlöse, Materialaufwendungen, Personalaufwendungen etc. Man spricht hier von erfolgswirksam erfassten Erträgen und Aufwendungen. Die Bestandteile des sonstigen Ergebnisses resultieren beispielsweise aus Währungsumrechnungen im Konzern, Gewinnen oder Verlusten bestimmter Finanzinstrumente oder Änderungen der Neubewertungsrücklage. Man spricht hier von erfolgsneutral erfassten Erträgen und Aufwendungen. Ob ein Aufwand oder ein Ertrag erfolgswirksam oder erfolgsneutral gebucht werden muss, wird in den einzelnen Standards oder Interpretationen geregelt. Im IAS 1 steht lediglich, dass beides auszuweisen und entsprechend zu untergliedern ist. Dabei besitzen die Unternehmen bei der Darstellung der Gesamtergebnisrechnung grundsätzlich ein Wahlrecht zwischen zwei Varianten. Die erste Möglichkeit ist der sogenannte One-Statement-Approach. Das heißt, dass die G&V-Informationen mit den erfolgsneutralen Einkommensbestandteilen in einem einzigen Rechenwerk der Gesamtergebnisrechnung dargestellt werden. In der zweiten Möglichkeit, dem Two-Statement-Approach, werden zwei Rechnungen erstellt. Einmal die G&V, erstes Statement, und einmal die Gesamtergebnisrechnung, zweites Statement. Das zweite Statement übernimmt aus der G&V nur den gesamten Gewinn bzw. Verlust als Gesamtsumme. Die BMW AG beispielsweise verwendet den Two-Statement-Approach. Es gibt eine Gewinn- und Verlustrechnung und dann nochmal eine Gesamtergebnisrechnung, in welcher nur der Gewinn aus der G&V übernommen wird und das sonstige Ergebnis detailliert aufgeschlüsselt ist. Darüber hinaus haben die Unternehmen ebenso wie im HGB ein Wahlrecht zwischen dem Gesamtkostenverfahren und dem Umsatzkostenverfahren bei der Darstellung und Gliederung der G&V. Dabei können die Unternehmen grundsätzlich eigenständig entscheiden, ob sie die Details in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darstellen. In der Regel wird eine detaillierte Gliederung direkt im Rahmen der G&V vorgenommen, da dies das Lesen und die Analyse des Abschlusses erleichtert. Auch insgesamt sind die Unternehmen im Hinblick auf die genaue Gliederung und Darstellung der Gesamtergebnisrechnung und deren Bestandteilen wieder sehr flexibel, was allerdings auch problematisch werden kann. Im IAS I ist nur eine Mindestgliederung vorgeschrieben, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass zusätzliche Posten einzufügen sind, wenn dies für das Verständnis der Ertragslage relevant sein sollte. Um Klarheit zu schaffen, enthält daher die Durchführungsverordnung zum IAS I ebenso wie bei der Bilanz Beispiele zur IFRS-konformen Darstellung der G&V und des sonstigen Gesamtergebnisses. Und auch hier kommt wieder der Hinweis, dass auch andere Darstellungsmöglichkeiten denkbar sind, die ebenfalls den Anforderungen der IFRS entsprechen. Genau wie bei der Bilanz muss das Unternehmen weitere Unterposten bzw. Erläuterungen im Anhang angeben, wenn dies in der Gesamtergebnisrechnung nicht geschehen ist, aber notwendig für das Verständnis der Ertragslage des Unternehmens ist.